Elektroautos sind die Zukunft einer sauberen Mobilität. Mit den aktuellen Batteriegenerationen sind bereits Reichweiten von 200 bis 500 Kilometer im alltäglichen Fahrbetrieb erreichbar. Aber es gibt Faktoren, die mit der Zeit die Batteriegesundheit beeinflussen und reduzieren. Ungünstige Bedingungen wie Hitze, kalte Wetterbedingungen mit Temperaturen unter 0 Grad, ein aggressiver Fahrstil, hohe Laufleistung und der Zahn der Zeit führen zu Alterungseffekten der Antriebsbatterie. Die Auswirkungen einer abnehmenden Batteriegesundheit sind einfach erklärt. Weniger entnehmbare Energie aus der gealterten Batterie bedeutet eine geringere Reichweite des Autos. In einigen Fällen müssen Teile der Batterie getauscht werden oder im schlimmsten Fall sogar die ganze Batterie. Die Kosten dafür beginnen bei ca. 3.000 Euro und erreichen bei Batterieaustausch bis zu 15.000 Euro. Hast du vor ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen oder verkaufen? Dann willst du bestimmt einfach wissen, in welchem Zustand sich die Batterie befindet. Klicke einfach los mit deiner Testfahrt im voll aufgeladenen Auto. Wir benachrichtigen dich, wenn wir genug Batteriedaten gesammelt haben und du deinen Part durch die Fahrt erledigt hast. Ist doch ganz einfach, oder? Unsere Spezialisten bei Avilo analysieren sorgfältig die Daten deiner Testfahrt und du bekommst innerhalb von 48 Stunden das Ergebnis zugeschickt. Jetzt kennst du den Gesundheitszustand deiner Batterie und kannst eine Entscheidung treffen, die auf zuverlässigen Ergebnissen beruht. Für die Gesundheit deiner Batterie und erfrischende Klarheit für dich. Avilo – deine Battery Experts.